Moin, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. So, Augenblick, mein Mikrofon ist jetzt schon wieder verrutscht, das ist der Wahnsinn. So, hab ich glaube... Ah, ich glaube, jetzt geht's. Ein bisschen kaputt geht, hauptsache es geht. So, ja, letzte Folge gab's zwei große Knäller, also zweimal groß Boom, einmal auf die Kerndellen und einmal da hinten irgendwo auf die Illustriers. Die ziehen wir jetzt über den Tisch und dann haben wir noch eine große böse Minenlegeaktion an Gibraltar vor uns. Ja, ich wollte mir tatsächlich diese beiden Leckerbissen jetzt nicht entgehen lassen, als uns dieser Geleitsucht dann tatsächlich im Anmarsch auf unser Einsatzgebiet dann begegnet ist. Ja, jetzt ist seit einer Dreiviertelstunde, Stunde so ungefähr, ist jetzt in etwa der Geleitsucht vorausgefahren. Heißt, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück werden sie jetzt gleich unsere Balleraktion nicht mehr hören. So, obwohl natürlich der Geräuschpegel sehr weit zu hören ist, was das angeht. Wir können aber recht stabil gerade mal auftauchen. So, wir können gerade mal auftauchen, weil hier in der Nähe, in der näheren Umgebung ist tatsächlich nichts. Dann darf der 1BO auch gerne oben ans Maschinenbewehr. Wir fahren da jetzt gleich mit E-Maschine langsam voraus. Oh, und gerade, wo ich gerade sehe, Interaktionen in der Nähe, schauen gerade mal in den Rettungsboot, ob da irgendjemand drin ist. Rettungsboot Nummer 6, nehmen sie an Bord. Nein, Rettungsboot Nummer 5. Tatsächlich, da sind zwei wichtige Leute drin. Den nehmen wir doch direkt mal mit, komm. Ihr kommt direkt mal mit. Beschutzfällige Einheiten, nicht die Art Achter, genau, nimm die mal. Komm, gehen wir mal unten hin. Und dann haben wir das direkt. Die Kompressoren könnt ihr mir auch direkt einschalten, ihr Liebelein. Sonst haben wir nämlich gleich keine Pressluft mehr und die brauchen wir zwangsweise, um irgendwie mal so ein bisschen mit uns selbst klar zu kommen. Dankeschön. So, langsam voraus. Ich hoffe, dass das jetzt so das Wetter ist mitmacht. Und ich glaube, mit ein bisschen Glück brauchen wir nur zwei, drei Schuss für die Kerndale. Mehr braucht es da wahrscheinlich gar nicht. Also dann. Puff. Und Puff. Genau in dem Moment zieht es wieder runter und ich gehe ins Wasser, weißt du? Nicht zu fassen. Das müsste aber jetzt eigentlich gleich absaufen. Leute sind ja schon alle runter. Da fliegt noch ein so leeres Boot weg. Das ist aber egal. So, das müsste es ja jetzt eigentlich sein, wenn sie jetzt gleich abgeht. Höhlenbruch, sie sinken, genau. Wir machen derweil eine Wende in Gegenrichtung und versuchen uns dann mal der Elastrius zu nähern. So, Kerndale versenkt, genau. Das könnten wir, wir können Ihnen das doch gerade mal senden lassen. Wir können Ihnen das gerade mal senden lassen. Genau. Sie läuft jetzt voll. Sehe ich das richtig? Ähm. Technisch gilt sie ja als versenkt. Ja, sie läuft voll sehr, 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 sehr langsam. Aber sie läuft voll, Gott. Wut mich immer noch, ob man die Ölfässer für Treibstoffe mitnehmen kann. Offiziell glaube ich nicht, aber wäre geil, wenn sowas gehen würde. Wenn man solche Ölfässer irgendwie mit dem, keine Ahnung, Haken angeln könnte. Dann nimmst du dir das und dann füllst du damit irgendwie deinen Treibstoff auf oder so. Wäre ein lustiges Gimmick. Ist natürlich fernab von jeglicher Realität dann. Ähm. Gehen aber hier mal auf Gegenkurs in diese Richtung. So und fahren dann mal hier sehen. Weil hier irgendwo müsste dann gleich die Elastrius auftauchen. Die da auch so abgeschaltet rum existiert. Solange möchte ich aber mal für diese Maschine wechseln. Wir fahren mit dieser Maschine Großfahrt voraus. Ganz einfach. Weil es ja doch durchaus sein kann, dass wir von hinten jetzt eventuell Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben könnten. So und das wäre natürlich ein bisschen schadhaft, wenn die uns dann sofort sehen. Deswegen versuchen wir uns mal diese zauberhafte Gegend zeitnah zu verlassen. So. Ja. Gut. Das Ding ist weg. Das heißt, wir können das jetzt hier auch alles mal löschen. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Kommt alles weg hier. Weg, weg, weg. Genau. Nach da hinten hin. Diese ganzen Messstreifen hier, die sind gerade eigentlich alle komplett egal. Nur die als Punkte, also die beschrifteten Punkte jetzt, die sind jetzt gerade wichtig. Weil ich die extra notiert hatte. Um da möglicherweise etwas zu tun. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir die nächste halbe Stunde ohne Besuch überleben. Deswegen bleibt der 1WO dann jetzt auch mal hier oben an Deck, damit wir ihn mit dem U-Zoo suchen lassen können. Speziell 8er aus. Wenn wir jetzt Spaß kriegen, dann kriegen wir Spaß von 8er aus. Sei es durch Flugzeuge oder sonst irgendwas. Oh, nee. Stimmt. Flugzeuge gibt es ja nicht. Weil die Lastflüsse ist ja weg. So. Dann, ja. Dann kriegen wir eben nur die Bändern durch Zerstörer. Weil mit ihren 70 kmh, die müssen einmal ihre komische Heißluftfritteuse da aufdrehen. Und dann sind die ja relativ schnell bei uns. So. Weil mit diesen sagenumwobenen 24 kmh kann man jetzt nicht wirklich einem Zerstörer entkommen, muss man sagen. Aber es sieht so aus, es sieht so aus, als würden sie uns nicht verfolgen, als wären wir sie tatsächlich los. So. Einzige Frage, die ich mir stelle, wenn da bei Gibraltar ein Royal Air Force Posten ist. 670 km ist für ein Flugzeug gar nichts. So. Wenn jetzt die Flugzeuge kommen könnten, dann allenfalls aus Gibraltar. Aber ansonsten vom Geleitstuch kann nichts mehr kommen und die anderen Schützpunkte sind zu weit weg. Das heißt, mit ein bisschen Glück sind wir jetzt erstmal einigermaßen flugzeugfrei. So, da kommt jetzt Punkt... Ey, stopp! Mann! Oh, jetzt hat der zeitliche... Was ist das denn jetzt schon wieder? Tatsächlich, dieser Zeitraffer hat sich jetzt in seiner Funktion irgendwie verheddert oder so. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Jedenfalls konnte ich gerade den Zeitverlauf nicht anhalten. So, da haben wir sie doch. Da ist schon dran vorbeigekachelt. Vollkommen sinnlos. Ja, 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 komm, ihr geht mal alle auf Gefechte schon, das können wir mal machen. Ist gerade eigentlich egal, aber macht das ruhig mal, so. So, weil, genau. Schön noch klingeln muss ja sein, weil klingeln muss immer sein. Hab ich ja gehört. Wir fahren da mal direkt quer vor. So. Ja, das ist die Lerzstürz. Wunderschön. Können wir uns gleich nochmal ansehen. Erstmal verringern wir jetzt ein bisschen die Fahrt. Genau, und sobald sich dann der Seegang ein bisschen beruhigt hat, gehen wir an die 88er und machen aus dem Ding auch mal wieder ein Nudelsieb. Und dann ist das Teil auch Geschichte. So, aber erstmal muss ich hier ein bisschen der Seegang über was beruhigen. Momentan will ich da vorne noch keinen drin haben. Zwei Rettungsboote sehe ich da draußen. Okay. So, und ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen klar geht, dass die Leute hier nicht von Decke spült werden. Wo schießt man dem Ding denn am besten hin? Am besten dahin. Runter. Ich kriege das Fadenkreuz nicht nach unten. Es ist zu starker Seegang. Augenblick. Müssen wir an klaren Treffer landen, aber ich kriege es nicht bewegt. Sehr, sehr schwer gerade. Nee, das war Wasser. Das war Wasser. Eistrein. Nee, das war auch Wasser. Es ist fast unmöglich, jetzt wieder was zu treffen. Boah, verzieht das Zielrohr stark. Es ist wirklich so gut wie unmöglich, was ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade getroffen habe oder nicht. Ich glaube, es war auch wieder Wasser. Du schießt halt aus... Boah, Alter, zieht der krass hoch. Du schießt halt aus direkter Entfernung. Und du triffst gar nichts. Wir einfach nur... Weil man nicht richtig zielen kann bei diesem Seegang. So. Ihr sagt mir jetzt, Hüllenbruch, sie sinken. Alter. Jungs, kommt mal bitte ganz schnell wieder da hoch. Das ist mir einfach zu viel Seegang. Lass da alles stehen und liegen. Wir verziehen uns erstmal. Genau. So. Und dann widmen wir uns, glaube ich, mal... ...unsere weiteren Anfahrt auf... ...das Minenlegegebiet. So. Heißt das, wenn ich jetzt hier... ...zuschaue, dass sie langsam versinkt. Sie versinkt tatsächlich langsam. Aber wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Flugzeuge, die sind irgendwie alle schon weg. Wahrscheinlich sind alle über Bord gegangen. Oder liegen die noch irgendwo rum? Ne. Ne, Flugzeuge, die sind alle schon weg. Alle, die an Deck standen. Alle, die an Deck standen. Genau. Das ist eine komische, kleine Barkasse. Wundert mich, dass die diese kleine Barkasse nicht auch irgendwie benutzen oder so. Aber die ist wahrscheinlich an Bord des Schiffes nur Deko. Jo. Das wäre dann die Elastis gewesen. Wir spüren das Ganze mal ein bisschen vor. Und da ist sie weg. So. Wir machen nicht mit der Dieselmaschine halb voraus in diese zauberhafte Gegend erstmal verlassen. Ja, hervorragend. Das wäre zum Beispiel jetzt schon mal der erste Streich gewesen. Was haben wir jetzt? 13 Minuten in der Aufnahme. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir begeben uns noch an diesen Punkt einmal. Und dann an den. Den hatte ich mir gerade irgendwie markiert. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, was da los war. Wir laufen das einmal komplett an und versuchen dann diesen Punkt zu erreichen. Und danach werde ich mal schauen, ob wir hier so schwupp irgendwie reinkommen. Vorzugsweise unbeobachtet. So. Nee, nee. Warte mal. Geh mal weg hier. So. Setz mich mal. Nehme mal nicht so auf die Nerven. Da vorne kommt nämlich jetzt mal ein Torpedo ein. So. Ich will die vorderen beiden Rohre, da will ich Torpedos drin haben. Alles andere ist komplett egal. So. Hinten haben wir noch einen T5er drin. Schalten wir mal auf Rotlicht. So. Boah. Gut. Endlich mal. Haben wir das ganz, eigentlich ganz souverän gelöst. So. Dann mache ich einen Cut genau hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir da irgendwie in Gibraltar herumfahren. Mal schauen, was das da noch gibt. Jedenfalls freue ich mich, dass das jetzt soweit dann doch noch geklappt hat, dass wir dann tatsächlich noch den Flugzeugträger und den anderen gekriegt haben. Jo. Also. Einen Augenblick. Okay. Erstens kommt es anders. Zweitens, als man denkt. Ja. Wir sind hier im Anfahrt auf Gibraltar. Aber immer noch ein paar hundert Kilometer entfernt. Gerade hier am Anfang von dieser, von dieser riesengroßen Bucht. Ich habe jetzt auf 40 Grad irgendjemanden gesehen. Und es ist wahrscheinlich auch irgendein Frachter gedünst. Wir legen da mal gerade drauf an. Einfach. Weil, der kann sich ja jetzt nicht großartig wehren, weil ich gerade nicht sehe, dass er noch irgendeinen, dass er noch irgendeinen Helfershelfer mit dabei hat. So. Das heißt, Schnorchel ist sowieso draußen. Wir fahren da mal etwas zügiger voran und versuchen, den mal in irgendeiner Weise einzuholen, beziehungsweise abzufangen, so. 20, 22 kmh, direkt geradeaus. Ja, das muss ja jetzt keiner, das muss ja jetzt keiner wissen. Ich möchte eigentlich schneller ins Miedenlegegebiet, aber wenn die mir direkt vor die Knarre fahren. Also, ich bitte einen Menschen, wenn die uns direkt vor die Knarre fahren, da können wir natürlich dann auch nichts für, ne? Wir lassen das jetzt mal einrasten. So, du bist ein Frachter. Typ. Du hast keinen Funk, also bist du in der Tower. Du bist entfernt. 4,5 km, du fährst schräg voraus. Du fährst wahrscheinlich 13 kmh. So, theoretisch haben wir sogar noch ein Torpedo jetzt über, aber da das Ding sowieso unbewaffnet ist und alleine fährt, offensichtlich ist hier nichts in der direkten Umgebung. Nö, da ist nichts in der direkten Umgebung. Weil das Ding also alleine fährt, kann man uns auch ganz einfach anschleichen, auftauchen, Meter 8, 8 ein bisschen rumpumpen und dann sind wir auch hier auf dem Weg. Das ist eine ganz gute Idee. Okay, so, Kurs direkt Süd, bitte. Mhm, dann schauen wir mal auf die E-Maschine in langsamer Fahrt. Das reicht dann auch jetzt schon. So. Und hoch mit uns. Und jetzt könnt ihr bitte Alarm geben. Genau. Aber jetzt brauchen wir das. So, hoch, hoch, hoch. Na, der Kapitän, der bleibt da bitte. Transportschiff entdeckt, genau so. Transportschiff hat uns jetzt auch entdeckt. Man hört schon leise im Hintergrund, wie sie ihren Alarm zuschalten. Bisschen wie die Alarm klingelt, so. Komm, Jungs, wir brauchen euch mal ein 8.8er. Ich brauche da ein paar Leute vorne drin, damit wir die jetzt zeitnah verputzen können. Nee, noch nicht. Ja, der war zum Beispiel getroffen, aber leider nur sehr, sehr, sehr knapp. So, wir gehen mal ein bisschen, fahren mal ein bisschen drauf zu mehr. Und mal schauen, dass wir ihn gleich kriegen. Ja, so treffen tun wir ihn schon, aber ob es auch wirkungsvolle Treffer sind, wage ich jetzt gerade noch zu bezweifeln. Ja. Nee, das war zu tief. Mist. Ja, ein, zwei, drei Mal haben wir ihn schon getroffen. Aber der Seegang ist mal wieder sehr stark. Ob das so funktioniert oder nicht. Gerade ist es auf jeden Fall sehr schwer, überhaupt irgendwas zu treffen. Nee, jetzt zieht er schon wieder hoch. Und ich kriege das Fadenkreuz nicht runter. Okay. Entweder zieht das Fadenkreuz extrem nach oben oder extrem nach unten. Aber dass man mal wirklich richtig ein Ziel ausmachen kann, ist sehr schwer. So, das war gerade, glaube ich, der erste richtige Treffer. Trotzdem noch keine Wirkung. Das war schon wieder Wasser. Treffen wir ihn nun wieder? Nee. Keine Chance. Zieht zu schnell nach oben. Warte, warte, warte. Okay, der hat jetzt gerade mal einigermaßen glücklich getroffen. Glücklich für uns, weniger glücklich für ihn. So, komm. So, komm. Aber ich glaube, wir kriegen ihn soweit. Ja, wir kriegen ihn soweit. Okay. Denke mal, das war's für ihn. Wir drehen dann mal hart über Backbord ab und machen uns dann auf in Richtung unseres eigentlichen Primärziehs. Jetzt haben wir jetzt wieder so einen kleinen Schlenker gefahren. Mann, das gibt's ja gar nicht. So fahren wir ständig die ganzen, die ganzen Extra-Touren. Obwohl das eigentlich nicht hätte sein sollen. So. Ja, der Frachter ist jetzt schon in der kurzen Zeit, wo ich den Vorlauf gemacht habe, ist der Frachter schon tatsächlich komplett weg. Schauen wir mal, ob wir hier irgendjemanden aufnehmen können. Die beiden zum Beispiel. Sehr schön. So, dann sind wir ja tatsächlich jetzt schon vier Überlebende an Bord. Die werden dann auch noch ein paar Ansehenspunkte geben. Aber das Futter werde ich mit denen jetzt nicht teilen. Weil das dann doch ein kleines bisschen... Also, mir ist es gerade lieber, wenn wir jetzt unsere Proviantrationen erstmal behalten. Können wir vielleicht auf den Rückweg machen, wenn da noch irgendwas passiert. Was weiß denn ich. So. Aber gerade wäre es mir so am liebsten. Mhm. Dann verlassen wir hier die Gegend. Pfeilen wieder diesen Ort da vorne an. Ja, der Schnorchel ist noch ausgefahren. Ich rechne damit, dass ich gleich von Flugzeugen überrascht werde. Und dann ist es ganz gut, wenn wir eine Schnorchel noch draußen haben. Weil dann wäre es... Dann wäre es nämlich tatsächlich so, dass wir mit schnell laufender Dieselmaschine schnell nach unten kommen. Was so taktisch fürs Abtauchen dann eventuell noch ein Vorteil ist. So, zumindest bilde ich mir ein, dass es so ist. Schwupp. Das könnt ihr mal nachladen, Jungs. Das ist genau. Lass ja auch noch einen Helfer-Sneegi mitnehmen zum Nachladen. Alles wunderbar. Solange... Brichen wir mal den Alarm ab. Der Rest von euch kann bitte pennen gehen. Das ist alles egal. So, wir lassen nachladen. Nachladen, nachladen. Das wird eine ganze Weile lang dauern, das Nachtsladen, weil wir auch hier jetzt in letzter Zeit eine ganze Menge verbrauchter Munitionen... So, ja, genau das wär's. Dann kannst du wieder pennen gehen. Wir lassen den Kapitän Anikati übernehmen. Dann schauen wir mal. Ob wir hier so irgendwie nichts dir und nichts da hinkommen. Okay. Dann wurden wir eben nicht überrascht. Einmal möchte ich ganz kurz horchen. Aber hier ist nichts in der Nähe. Das ist gut. Dann fahren wir direkt weiter. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, ich möchte auch relativ schnell weiterfahren. Eins, zwei, drei... Ich glaube nämlich, dass ich sehr schnell dorthin möchte, um dieselbe Nacht noch auszunutzen, wenn es hochkommt. Weil liegen Minenlegen direkt in Gibraltar drin. Man darf ja davon ausgehen... Dass dieses Einsatzziel, was wir dort haben, dass das sehr stark verteidigt ist. Momentan sieht man zwar noch nichts, weil es momentan einfach nur Rabenschwarze Nacht ist, aber das muss noch lange nichts heißen. Deswegen, wir versuchen da mal möglichst schnell hinzukommen. Das wird sehr, sehr knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Das wird sehr, sehr knapp, was die Zeit angeht. Und ich möchte da bei Tag eigentlich nicht hin. Das ist natürlich alles ein bisschen doof. 82 Kilometer, das sind weitere drei Stunden. Jetzt haben wir jetzt schon zwei Uhr. Dann hätten wir fünf Uhr. Da kommen wir gerade zur Dämmerung an. Das ist scheiße. Das ist ultra scheiße eigentlich. Ich fürchte, da werden wir das... Entweder werden wir das bei Tag machen müssen, was mir überhaupt nicht schmeckt. Oder wir müssen uns mal einen Tag lang irgendwo verstecken. Das werden wir wahrscheinlich so tun müssen. Jedenfalls zu dieser Uhrzeit. Es sei denn, wir kommen da jetzt durch Zufall noch um eine Stunde irgendwie hin oder so. Ich bin mir so unsicher gerade auf, wie wir das jetzt machen. Pass mal auf. Wir werden jetzt einfach noch mal eine Stunde weiter Gas geben. So. Im Zweifelsfall fallen wir jetzt gleich ab, wenn die Stunde vorbei ist. So, halbe Stunde. Ist hier denn schon jemand? Oh, hier ist hier niemand. Die See ist gerade spiegelglatt. Man sieht Kilometer weit und es ist niemand zu sehen. Doch, warte mal. Hier. Hier ist jemand zu sehen. Die werden wir... Die sind gerade eben so nicht im Sichtbereich. Seht ihr das? Es ist der Hammer. Es ist der Hammer, wie man aus Versehen... Boah, alter Schwede. Es ist der Hammer, wie man aus Versehen in einen Geleitzug reinfahren kann, wenn man nicht regelmäßig selber am U-Zug steht. Ein auslaufendes Geleit. Für den Moment hören sie uns aber nicht. Er geht in relativ nahe... Warte mal, er hat eine relativ nahe Distanz, ne? Ba 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 ba... Wo sind jetzt da? Ist eine dieser... Genau, das ist eine Korre... Ja, natürlich muss sofort wieder dieser scheiß automatische Alarm losgehen. Wie soll es keinen automatischen Alarm geben? 9,5 Kilometer. Wechsel mich mal auf E-Maschine. Wenn die jetzt bräsig genug sind, dann lassen wir sie einfach an uns vorbeifahren und gehen so lange Mienen legen. So. Wenn das dann schnell genug geht... Dann, ähm... Dann haben wir halt gewonnen. Dann fahren wir den vielleicht direkt hinterher. So. Du sollst nix machen. Ihr sollt bitte alle nix machen, meine Freunde. Ihr sollt alle nix machen. Sie fahren tatsächlich uns... Sie fahren uns tatsächlich davon, ohne uns zu bemerken. Das ist... Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir tatsächlich versuchen, jetzt gleich noch Kette zu geben. Wir wollen noch ein bisschen auf E-Maschine fahren. Ich glaube, wir warten noch zehn Minuten. So. So. Und dann... Sollen wir mal wieder mit der Diesel-Maschine AK fahren. Hauptsache, dass wir da schnellstens hinkommen. Ja. August 1941. Die Tage sind immer noch ziemlich lang. Man könnte ja meinen, dass der Winter eher für U-Boote geeignet ist irgendwie. Denn nämlich aus den Gründen der... ...dunkleit. Weil die Nächte etwas länger sind. So. Da hinten ist jetzt gerade nichts. Wir fahren hier geradeaus direkt in unser Minengebiet rein. Gerade ist keiner da. Wenn hier tatsächlich alles am Pennen ist, wollen wir die Gunst der Stunde nutzen und versuchen, das so schnell wie möglich über die Bühne zu kriegen. Gefunkt wird jetzt auch nicht. Dann wollen wir versuchen, das so schnell wie möglich hinzukriegen. So. So. Da vorne ist dieses sogenannte Nadelöhr. Wir sind jetzt bald hier im kritischen Seegebiet. Aber jetzt gerade ist hier tatsächlich überhaupt nichts. So. Doch, da ist was. Auf 1,4,0. Auf 1,4,0. Auf 1,4,0. In relative... Distanz. Relative Distanz. Ich würde das mal auf 15 Kilometer schätzen. So. Es geht also los, meine Freunde. Es geht also los. Sieh, ich konnte da kleine Gruppe 1. Was habe ich gesagt? Öh! Wo kommst du denn plötzlich her? Stand der da schon die ganze Zeit? Wir müssen jetzt mal gucken, ob der uns schon gesehen hat oder nicht. Ich will hoffen, das nicht. Aber kann man natürlich nicht wissen. Weil das hier ist... Jetzt sind wir tatsächlich sehr, sehr nah am Festland dran. Sehr, 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 sehr nah. So, fluten die Tanks bitte langsam. Ballasttanks werden geflutet. Sehr schön. Können wir bitte endlich uns ein kleines bisschen verpissen? Dankeschön. Mann, Leute. Genau in dem Moment, wo es jetzt richtig mal zur Sache geht. Genau in dem Moment. Sehe ich jetzt hier keine... Keine Geschwindigkeit von euch. So. So. Okay, er ist aber langsam. Er ist langsam. Er ist langsam. Boah. Alter Verwalter. Erreichen sie das Einnetzziel 9,2 Kilometer. Es ist tatsächlich mega schwer, das überhaupt zu erreichen. Okay, pass auf. Das hat gerade so keinen Sinn. Die Briten sind leider einfach ein Stück zu aktiv bei Tag. Das werde ich wohl komplett aussitzen müssen. Da werde ich wohl einmal komplett wegfahren. So. Da werden wir einmal komplett wegfahren und uns dann irgendwo, irgendwo auf Grund legen. Wahrscheinlich. Und die Scheiße dann aussitzen. So. Weil das hat so nicht wirklich einen Sinn, uns da jetzt durchzuknödeln. Sichtkontakt, größere Gruppe. Wir wenden einmal direkt und machen uns auf denselben Weg zurück. Und dann hoffe ich mal, dass wir das dann überhaupt jetzt mal so schadlos überstehen. So. Da kommt nämlich noch eine kleine Gruppe. Eins bis drei. Überlege gerade, ob wir uns einfach hier auf Grund legen sollen. Nämlich noch 76 Meter unter Kiel. Wir sind jetzt bei knapp 30 Meter. Dann wären wir auf 110. Dann würden wir auf 110 liegen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann können die über uns... Einfach so ein bisschen lustig durch die Gegend gucken. Das kann uns dann egal sein. Das kann uns dann egal sein. Und dann warten wir die Zeit einfach ab. Das ist, glaube ich, gerade so die beste Idee. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, 300 Kilometer zurückzufahren, um dann da irgendwo rum zu cruisen. Nur um dann wieder in einer ähnlichen Situation zu stecken. Das ist alles ein bisschen blöd so. Momentan wissen sie nicht, dass wir hier sind. Sind zwar Schraubengeräusche, Korvetten, was weiß ich nicht für gedöns alles unterwegs. Aber sie wissen nicht, dass wir hier sind. Wir haben nicht gefunkt seit mehreren Tagen. Wir haben eigentlich nichts gemacht. So, was darauf deuten würde, dass es uns gibt. Deswegen momentan genießen wir noch den Vorteil, dass die uns überhaupt nicht gesehen haben. Wir kacheln also mal komplett runter. So. Wir senken uns also mal komplett ab. Und harren dann die Dinge, die da kommen. Schwupprums. So. Das reicht dann aber auch. Stopp, 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 stopp. So. Bloß anhalten. Und dann mal bitte schauen, ob hier ist hier irgendwas kaputt gegangen. Ist hier irgendetwas kaputt gegangen? Vorderen Torpedrohr haben ein bisschen was abgekriegt. Aber das ist gerade ein Stück egal. Die Reparaturen laufen dazu. Wahrscheinlich nur ein Pflaster drauf oder so. Mehr muss da gar nicht sein. Ansonsten können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir so einigermaßen hier unten angekommen sind. Dann warte ich jetzt so einfach. Und ihr haltet so lange immer die Ohren stark. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann wird es wahrscheinlich Nacht sein. Dann mit 4.41 Uhr. Wir werden den Tag über hier größtenteils mal so abwarten. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal so um 10, 11 rum, werde ich wahrscheinlich mal auftauchen und ein bisschen schauen, dass wir, dass wir nochmal Frischluft kriegen. So, ansonsten haben wir, glaube ich, auch noch irgendwo Kalipatrone, wenn wir jetzt gar nicht auftauchen könnten. Ja, Kalium absauber haben wir auch noch ein bisschen. Genug fressen haben wir mal Kalium absauber haben. Das heißt, wir halten es eine Weile lang hier unten aus. So. Und, ja, dann ist das, also das ist so eigentlich ganz, so sind wir eigentlich ganz safe. So sind wir eigentlich ganz safe, genau. Jut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir trauen, fühlen mich weiter. Ihr dürft mir gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch der Kram gefallen hat. Bis demnächst. Tschüss. Hashture. stamped doch rein. Ich feeling nichts au turn ist. Was. 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 Is. Was.